Servus und grüß Gott zusammen bei FUBA FANTASTIC BALL LASTIC. Heute machen wir die Schere. Die Schere siehst du gleich. Und zwar stehen wir hier wieder in der leicht Schulterbreite. Der Ball liegt vor uns. Und diesmal geht der rechte Fuß mit der Außenseite innen um den Ball. Überlagern hier das Gewicht und nehmen den Ball zur anderen Seite mit. Okay. Gehen nochmal in die Ausgangsposition. Jetzt nehmen wir hier linkes Bein, gehen mit der Außenseite vom linken Bein innen um den Ball tief und dann gehen wir weg. Okay. Lasst uns einfach mal ausprobieren. Merkt euch einfach um den Ball tief weg. Let's go. Okay. Was jetzt natürlich auch noch wichtig ist. Nehmt den Ball leicht schräg nach vorne mit und startet nach 2-3 Meter. Nehmt Sembo raus. Ja, ich mach's jetzt für euch. Vereinfacht vor der Kamera. Nur in dem kleinen Rahmen. Und ihr könnt gerne auch gleich die nächste Bewegung heransetzen. Habt das mit dem linken Fuß gemacht, macht das mit dem rechten Platz. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Ausprobieren und freue mich, wenn wir uns wiedersehen bei FUBA FANTASTIC BALL LASTIC. Bye-bye.